Ich bin Kai Pflauch und begrüße Sie heute zu einer neuen Folge von Nur die Lieblingsel. Heute möchte ich Ihnen einen ganz besonderen Fall vorstellen, und zwar von Marina. Und Sie wird mich von Ihrer großen Liebe erzählen. Also, es geht um die Caroline. Die Caroline ist eine Erdbeere. Und, also, sie ist wirklich wunderschön. Das erste Mal haben wir uns getroffen auf dem Markt. Und, also, es war Liebe auf den ersten Blick. Ich habe mich direkt in sie verliebt, weil sie ist einfach so schön. Und, ach, ich kann so viel von dir erzählen, aber, naja, und, ähm, ich bin halt jetzt hier in deiner Sendung, Kai Pflaume, weil ich halt der Caroline gerne in Liebe gestehen würde. Aber, ja, sie ist halt nur im Sommer in Deutschland, im Frühjahr, und jetzt sehe ich sie so selten. Also, wir haben heute eine ganz besondere Überraschung für dich. Wir werden dich nun zu diesem Ort führen, an dem wir euch das erste Mal getroffen haben. Und dort wartet auch eine Überraschung auf dich. Okay. Also, Marina, wir sind gerade auf dem Weg zu deiner neuen Liebe. Was würdest du ihr sagen? Also, ähm, ich habe halt vor, einfach ganz spontan ihr meine Gefühle zu sagen. Das wird, glaube ich, sehr romantisch. Hallo, Alex. Hallo, Kai. Ja, du hast ja nun davon gehört, Marina und Caroline. Kannst du dir denn vorstellen, dass sie ein gutes Liebespaar sind? Ja, aber sicher doch. Die kennen sich schon so lange und die sind so süß zusammen, ne? Das schon. Passt auf jeden Fall. Dann wünsche ich mir beide eine lange und gute Ziele. Danke. Das ist Caroline. An dem Ort, an dem sich die beiden das erste Mal getroffen haben. Noch weiß sie nicht, warum sie hier ist. Doch bald wird sie es erfahren. Nun werden wir Marina zu ihr lassen und mal sehen, wie sich die Situation dann entwickeln wird. Also, ähm, ich bin halt hier, weil ich wollte dir was sagen. Also, und zwar, ähm, Caroline, also der Tag, an dem ich das erste Mal gesehen habe, der war der schönste Tag in meinem ganzen Leben. Ich dachte mir so, wow, so ein schönes Obst kann doch gar nicht existieren. Ich weiß noch genau, wie die Sonne so schön auf dein Boot gestrahlt hat und es einfach so schön war. Und du bist das süßeste Obst, das schönste Obst, einfach das tollste Obst, den ich je getroffen habe. Caroline, Erdbeere, es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an dich denke. Und es gibt auch keinen Tag, an dem ich mehr ohne dich verbringen möchte. Caroline, Erdbeere, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Und zum Wiederer hat sich ein wirkliches Paar gefunden. Nur durch die Hilfe von uns. Von nur die liebe Zelt und Kai Pflaume.